1. Stürze Fange am besten mit einer Stange an, die im Boden eingelassen ist. Dadurch kannst du Stürze besser kontrollieren und du reduzierst die Verletzungsgefahr. Das Leiden an einem Rail folgt dem gleichen Prinzip wie dieser Box. Zu balancieren ist aber durch die geringe Kontaktfläche der Ski mit dem Rail schwieriger. Das Rail verzeiht keinen Fehler. Wegen dem ist es ganz wichtig, dass du die Gorillaposition auf dem Rail und bei der Lande einnimmst und deine Scheiben einen 90 Grad Winkel zur Stange gedreht hast. Sobald du dich wohlfühlst, kannst du so viele Variationen einbauen. Es gibt keine Einschränkungen oder Vorgaben. Lass deine Kreativität frei laufen. Das ist das An- und Oben-Freestyle. Die Kreativität frei laufen. Die Kreativität frei. Die Kreativität frei ist es gut, dass du die Kreativität frei wirst. Die Kreativität frei ist einünger exposure-corörper in der Sicherung vor. Das ist das An- und Oben-Freestyle, das ist die Kreativität frei. Vielen Dank.